Guten Tag, mein Name ist Fran Rack von der Firma HoloCreators. Mein Thema ist Reverse Engineering und Fotogrammetrie. Das ist so ein bisschen das Subthema zu dem Ganzen. Reverse Engineering braucht man, wenn man einen 3D-Scan in ein CAD-Modell umwandeln will. Wenn Sie 3D scannen, bekommen Sie einen Datensatz. Und wenn Sie dann in CAD damit arbeiten möchten, dann brauchen Sie Reverse Engineering. Und das unser Thema ist, wie kopiert man ein mechanisches Bauteil. Das sind drei verschiedene Schritte. Man macht den 3D-Scan, worunter auch die Fotogrammetrie fällt. Dann macht man eine Flächenbeführung, das ist das Reverse Engineering. Und danach die additive oder subtraktive Fertigung, also entweder 3D-Druck oder CNC-Fräsen. Ich gehe jetzt einfach mal die 3D-Scan-Techniken durch, die man so kennt. Beziehe ich da auch das Gerät von Wotspot. Es geht hier um Fotogrammetrie. Man muss immer entscheiden, wenn man ein Bauteil kopieren will, wie groß es ist und welche Genauigkeit brauche ich, um das Teil zu kopieren. Fotogrammetrie ist sehr gut für sehr, sehr große Dinge. Also wir empfehlen es ab einer Baugröße von 200 Zentimetern, also von sehr, sehr großen Teilen. Hat aber nicht so eine hohe Genauigkeit, muss man abwägen. Es wird oft benutzt, um erstmal einen großen Referenz-Scan zu erstellen und dann im Detail Extraszen zu machen, die dann hochauflösender sind. Dann haben wir die Lasertriangulation. Das ist ein 3D-Scanner, der mit so einem Arm funktioniert. Den empfehlen wir für eine Bauteilgröße zwischen 15 und 150 Zentimeter. Hat schon eine sehr viel höhere Genauigkeit mit 0,1 Millimeter. Das ist also schon recht gut für kleine Bauteile. Dann die Streifenlichtprojektion. Das ist noch ein Tick genauer. Ungefähr derselbe Bauraum, dieselbe Bauteilgröße wie der Scanner davor. Und dann, wenn es um wirklich sehr, sehr kleine Teile geht und man eine sehr hohe Auflösung haben möchte beim Scannen, dann sollte man einen CT-Scanner verwenden. So, das wäre dann der erste Schritt. Also man schaut sich das Bauteil an und dann guckt man, welche Bauteilgröße ich habe, welche Genauigkeit brauche ich. Und daraufhin entscheidet man, welchen Scanner man einsetzen möchte. Hier nochmal die verschiedenen Scan-Verfahren. Die Tabelle habe ich selbst gebastelt. Die ist, naja. Aber es gibt so ein bisschen die Idee. Also wenn ich riesige Bauteile habe, dann gehe ich irgendwie in die Richtung LIDAR und Fotogrammetrie. Wenn es dann kleiner wird und ich auch eine höhere Genauigkeit brauche, dann geht es runter bis zur Computertomographie. Es gibt auch noch ein paar andere Faktoren wie Material, Oberfläche und so weiter. Aber so als Großes und Ganzes halten wir uns eigentlich an diesem Chart. So, und dann haben wir jetzt mal als Beispiel ein Zahnrad genommen. Das ist aus einem Getriebe von einem VB-Bus. Und haben in diesem Fall mal mit einem Streifen-Projektions-Scanner einen Scan gemacht. Kann man sehr schön sehen. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Artefakte drin. Aber für so einen Teil war das schon ganz ordentlich. Danach haben wir das Reverse Engineering gemacht. Also die Umwandlung des Scans in ein CAD-Format. Also die Umwandlung von der STL-Datei in eine Step-Datei. Auf der linken Seite kann man den Ro-Scan sehen. Und auf der rechten Seite sieht man den Nachbau. Dann, vielleicht ein bisschen technisch, aber es gibt verschiedene Varianten der Flächenrückführung. Je nachdem, was man möchte, empfehlen wir, kann man sich einen automatischen Prozess wählen. Oder man macht das Ganze komplett manuell. Man kann hier sehr schön sehen, das ist der automatische Prozess. Das heißt, die Flächen sind sehr feinmaschig, ohne Logik. Aber für einen 3D-Druck reicht es. Und wenn der 3D-Scan ausgesprochen gut ist, dann kann man mit so einer Flächenrückführung schon ein Modell erstellen, was man dann auch fräsen kann. Dann der Hybrid-Ansatz. Das ist eine Kombination aus dem automatischen Ansatz und der manuellen Konstruktion. In dem Fall bestimmt man, also bestimmt ein Ingenieur, bestimmt die Leitlinien von dem Teil. Und dann verlässt er sich auch die Software für die Parts dazwischen. Mit so einem Hybrid-Ansatz kann man sehr gut lesen. Dann die Parametrische. Das ist eigentlich ein kompletter Nachbau. Hier kann man sehen, das ist wirklich das sauberste CAD-Modell. Dann nimmt man aber den 3D-Scan nur noch als Referenz. Also man lädt ihn sozusagen in die Software und baut das Teil komplett nach dem CAD. So etwas wird gebraucht, wenn man anschließend auf dem CAD noch konstruieren will. Hier noch ein Vergleich, also automatisch, hybrid, parametrisch. Wir gehen dann noch ein Tick weiter, wenn man ein parametrisches Modell haben will, wo man auch in die Konstruktionshistorie eingreifen will. Dann ist es immer noch ein bisschen aufwendiger, aber das ist so die verschiedenen Varianten, die es gibt von den Flächenrückführungen, also vom Reverse Engineering. So und in dem Fall haben wir jetzt mal die parametrische Flächenrückführung genommen und ausgedruckt. Das war jetzt im Binder-Jet-Verfahren, ist vielleicht nicht das optimale Verfahren für ein Zahnrad, aber wir wollten einfach mal, um zu zeigen, dass man dann ein ziemlich sauberes Modell auch drucken kann. Also man würde eigentlich nie im Binder-Jet-Verfahren ein Zahnrad machen, weil Zahnräder sollte man eigentlich immer fräsen, aber wie gesagt, das ist jetzt so ein Demo-Modell, deswegen hier der Druck. Genau, und jetzt nochmal als Zusammenfassung, wie kopiert man einen mechanischen Sportteil? Zunächst nimmt man einen, und da ist ein Typo drin, zunächst macht man einen hochgenauen 3D-Scan, danach entscheidet man sich für die passende Flächenrückführung, also das passende Reverse Engineering, und im finalen Schritt muss man sich entscheiden, additive Fertigung oder CNC-Fläsen. Dankeschön.